um damit das heute und es ist es ist hier hat sich verkehrt noch weiter Köln aus mit Köln kann ich machen wenn ich mit dabei haben wollte als erheblich gehen einfach mal in die Richtung ist hier er wollte es alleine gehen sich nicht mitkommen doch gut doch der Wartner was mich eben kurz die Sachen hier weg tun und meine Sachen mitnehmen dann komme ich sofort dabei ein bisschen sortieren hier was zum hochbauen habe ich jetzt unterbauen habe ich jetzt paar Brote mitnehmen was macht P.M. in meinem Haus weiß ich nicht trollen das ist nie ein gutes Zeichen Siva korrekt haben wir aber genug Fackeln hat die Fackeln mit P.M. in meinem Haus ist töd ich ihn einfach ich denke mal Kohle brauche ich nicht mitnehmen ja warte bin sofort da und lass mich eben eine Spitzhacke noch machen brauche noch ein bisschen Holz kurz eben einen Baum abbauen da komme ich wofür wohin Diamanten suchen ach Pia soll auch mitkommen den Troll komm jetzt mit warte da wo seid ihr ich bin auch kurz in meinem Haus warte eben genital so ich komme auf geht's und die aber sie mal nach und in der Nase nach mal hier hier und hier hab ich noch Eisen Prozent einfach mal ein Weg nach unten bauen macht auch an einer Seite Moment Ja, hier ist eine Höhle Die stehen auch schon fackeln Ja, dann werden wir da wohl gewesen sein Oder Das könnte mal eine sein, glaube ich Ich habe dich da mal gefunden Ja, ich glaube schon Was für das? Hast du die schon in der Kunde komplett? Boah, nicht viel, ne Wo seid ihr hingelaufen? Hier ist, hier geht's weiter, ne? Hier ist es sehr dunkel, hier ist es sehr dunkel, nur geht's runter und lang Hier geht's raus, ich bin hier bin in den Gang ein bisschen lang gelaufen Ich seh euch nicht Ich seh euch doch, da seid ich seh auch nach Hä, wo seid ihr denn hingegangen? Glaube ich Ach so Ich bin in eine andere Richtung gelaufen Wartet mal da Irgendwo da, wo du jetzt hinläufst, glaube ich ist dann der Monstersbron Hier geht's runter Hier sind Pilze Wo seid ihr denn? Ach, ich seh euren Namen Ja, hier wird nichts Jetzt seid ihr über mir Ach, da kommt ihr, okay Ja, hier geht's nicht weiter Hat einer Hat einer Pfeile mit? Nee Pfeile? Okay Weil ich einen Bogen hab und nur zwei Pfeile und das hat mir drei Pfeile und dann, ja Ich kann gar nicht mal gucken, warte Wie viele Fackeln habt ihr mit? 58 hab ich noch Ich hab 18 0 Eisen, alles mitnehmen, ne? Teilen wir dann nachher auf, oder? Komm mir aus Ja, mir ist das eigentlich relativ egal Oder wer es findet, darf es behalten Komm mir aus, auch mal Nee, bei Eisen können wir das 50-50 machen Okay So 25, 25, 25 Aber ich meine, sagen Wenn, wer Diamant findet, der darf den auch gerne behalten, dann würde ich sagen, oder? Ja Sonst gibt's da eh nur wieder geklappt Nee, ich hab kein Schwert Ja, ich bin da Coole, 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 Coole Mach mal nur das Wasser weg hier, oder? Ja, gerade bei Ja, gerade bei Ich hab kein Dings mit Nicht zum Zubauen Ja Da geht's ganz tief runter Nö Warte Warte Oder? Ne, in Erfahrung, hä? Kommt ihr runter, oder? Ich hab erstmal das Wasser abgemacht Ja, okay Da geht's ganz tief runter, aber es geht nie ab Ja, der hat mich gerade runtergef- Ey! Was ist? Mach der das zu? Ich schwimm da gerade hoch, aber macht der das zu? Hier kannst du hochklettern Gehen wir runter, oder? Gehen wir runter, oder? Gehen wir runter? Ja, da geht's weiter, ja Ey, wird mich jetzt hier geschlagen Aus Versehen, Mike wahrscheinlich beim Kohle abbauen, oder so? Oder ich war das beim Kohle abbauen Gehen wir runter, oder? Gehen wir unten rum, oder oben? Gehen wir unten rum, oder oben? Ja, hier, ich geh einfach rum Ne, hier waren wir schon Hier, okay Ja, dann lass uns unten rum gehen Unten ist Diamanten wahrscheinlich, ja Boah, ich sehe die viel Kohle Oh, hier ist ordentlich Kohle Ordentlich Kohle Und hier ist, hier ist Gold Gold, Gold, Gold Hast du Eisenspitz-Sacke? Ja, natürlich hat er sich eine Eisenspitz-Sacke direkt gemacht Damit auch schöner Gold abfarmen kann Geflort Ich war so nett und hab eine verteilt Hier ist Lava Uh, scheiß ich, warum ist unser Fall? Holala Wo seid ihr? Ich bin hier bei der Lava Ich bin hier bei, ne, da waren wir schon hier jetzt Oh, ne, da wird nun, ne, bei Mike, ja, wir können hier weitergehen Hier geht's auch weiter, oder? Ja, hier ist eine Fackel Cola Äh, Cola 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 Cola, ne? Cola Hier ist nix Ich hab drei Bücher schon Boah, wie viel das ist, bist du dir einen Büchereck, bist du dir so ein Dings gemacht, also ein Zaubertisch, das ist ja auch der Ewigkeit Ja Hier ist Lava, war da einer schon? Oh, ich war oben bei der Lava, ja, und was da unten nichts? Äh, das, glaub ich nur Lava, ne Ja, und hier links runter? War hier was? War hier was? Okay Ne, ist auch nichts, ist zu Oh, shit Level 2, OP Hier geht's noch weiter runter, oder? So wie ich das sehe, Lava, hier unten Oh, ja Boah, da ist's glaub ich 17 sind wir schon Höhe Ne, da geht's nicht weiter, da war ich schon Nils Okay, ja, okay Warte, ich hab grad einer, eh, hier ist ein Eisen Simon Sorry, war nicht extra Okay Du bist mir grad reingelaufen, während ich das Eisen kaputt schlagen wollte Ja, waren wir hier oben schon? Hier, äh, noch nicht Ne Toll, Simon Und wo war dieser Monster-Spawner, Mike? Da sind wir grad noch nicht lang gelaufen Äh, das war ganz am Anfang, da hätten wir rechts gemusst dann Ja, stimmt, da waren, da waren auch noch viel los, also da ging's auch noch relativ weit weiter, da war noch viel dunkel Ja Hier geht's hier weiter Okay Hier, da vor mir ist auch noch Kohle, also Oh, ja Dem nehm ich mich mal an Hier waren wir aber schon Skelett, okay, ich guck mich um das Skelett Hier geht's weiter runter Ja, da meinte ich ja Eisen Nimmst du das Eisen? Ja Aber das ist ja viel gut, ey Alles mitnehmen, was geht, ey Das Wasser wieder zu, ne Ja Level 3 Boah, während wir hier sind, trollt Pierre mit sich ja die ganze Zeit rum Ohne Witz Wer weiß, was der macht Ich hab Angst um meinen Die Alarmanlage bringt die nicht, Mike Ich hab Angst um meinen, äh, Diamanten Ich hab meine Diamanten gut versteckt, die wird er wahrscheinlich nicht finden Ich hatte zwei, also Hier ist Gold Ich baue hier die ganze Zeit die Kohle ab, weil ich Och scheiße, meine ersten Eisenspitzakke ist kaputt Jetzt schon? Hey, du baust mit Eisenspitzakke Kohle ab? Ich hab keine andere Spitzakke mit Okay Hier geht's einmal links rum, einmal rechts rum Ja, die hatte ich aber auch schon genutzt Ich brauche mir mal eben ein paar Fackeln Ja, echt Ja, ist ja hier Hier, so, ich hab auch noch ein paar Fackeln, Leute Geh mal hier den Gang lang Ja, dann gehen wir erstmal den Gang lang Hier geht's wieder, hier geht's noch weiter runter Weiter? Achter So, ja komm, lass erstmal hier runter gehen, oder? Ja Hier, hier ist Redstone Ja, hier ist nix Nicht? Ne, gar nix Redstone gibt auch Erfahrung Ja Und Diamanten auch Ja, gut Redstone Ja, wir kommen mit Ich glaube, an der anderen Seite war nix Kohle, Kohle, Kohle Hier ist auch nichts mehr, oder? Doch, da geht's, oh, da ist Lava Ja, äh, Nils, lauf nicht immer vor mir Sonst, oder beschwere dich dann nicht während Richtig auszusehen, anhäte Die ist aber nur noch Lava Mach mal ein, damit das Wasser zu Ja, man Bin dabei Mit dem Goldblock am besten noch Ja Da oben ist noch, äh, Kohle, Mike Ja Ich glaub, hier ist nichts mehr M6 nur durch Minen, ne Jetzt komm, weiter geht's, oder? Ja Ja, müssen wir wieder hochgehen, ne? Ja Krass, ne? Ich bin Level 23 fast nur durchs Minen Es geht voll schnell jetzt Jetzt kannst du sagen, Mainz-Dealer Wo bist du lang gelaufen, Simon? Ah, vielleicht zu beschreiben, ich komm gleich wieder auf die Oh, Creeper, Mike, pass auf Äh Moment mal kurz, ich komm gleich wieder, gleich wieder da Mal. Ich glaube, es geht auch nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Untertitelung des ZDF, 2020